Willkommen zurück in der Wüste Ranel. Wir haben den Greifzangenkäfer oder wie auch immer hier heißt. Wir gucken uns das gleich mal an was der alles kann. Greifkäfer. Das war total dumm von mir, denn ich wollte eigentlich erstmal Basketball spielen, aber ich wurde die Befürchtung, das ist ja extra so gemacht, dass das nicht reicht. Genau. Da soll man den Greifkäfer direkt erst mal in Einsatz bringen und kennenlernen. Hoffentlich macht die V-Mode mit manchmal, ihr wisst das ja, an so Stellen. Macht die Sachen, die ich nicht eigentlich möchte. Ähm, hinabblicken, Z. Oh, das war nicht Z. Z ist das bei N64 gewesen. Z ist beim Landshark. Da muss ich direkt mal auf die Tasten gucken, wie sie heißen. Das ist ja schon fast peinlich. Das war aber gerade ein bisschen arg schnell. So. Und dann A, genau. A werde ich ja wohl drücken können. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Mit der kann ich leben. Die würde ich als gestandener Zelda-Idee akzeptieren. Da muss man sich nicht schämen. Das sorgt für ein bisschen kurzweil. Upp, runter da. Runter da. Jetzt fange ich wieder an, das R zu rollen. Hoch da. Ja toll, es geht ja hier nur um schnödes Geld. Ich mach doch so was nödes Geld deswegen. Ich mach das hier für Abonnenten und nicht für Geld. Nur Abonnenten. Und nie vergessen den Abo-Button zu drücken. Denn nur dann gibt es auch neue Videos. Ich glaube man merkt das bei mir zu schnell, dass das nicht ernst gemeint ist, weil ich dann immer mit so einer komischen Stimme rede. Das ist mir letztens aufgefallen. Ich kann irgendwie nicht gescheit sarkastisch sein. Jedenfalls nicht so, dass man darauf reinfallen könnte. Aber ich bin auch nur Let's Player, ne? Moment, das war falsch. Und kein Berufs-YouTuber. Dann müsste ich das können. So. Nein, das war... Wieso geht der nicht kaputt davon? Der ist irgendwie sehr aus einem resistenten Material geschaffen. Wir machen sie alle klein, alle Statuen. Nein, nein, nein. Ich brauche ein bisschen Übung. Ja, ihr seht, das altbekannte Problem mit meiner Wii-Mode... Ich hätte vielleicht die Kerzen einfach mal anlassen sollen. Ich mach die immer... Also ich brauche die eigentlich nicht mehr, nur am Anfang, um die Wii-Kernbedienung hier zu aktivieren, sagen wir mal. Am Anfang. Ach man. Aber jetzt hier spielen geht komplett ohne Kerzen und ohne Sensorleiste. Aber manchmal denke ich mir, das ist nicht so schön wie auf der Konsole. Zack. Wir müssen alle runter, wir müssen alle runter. Und der Vogel da hinten, der ist ja schon beeindruckend. Toller Paradiesvogel. Der will mir bestimmt gleich ein paar Honigbecher anbieten. Aber es ist auch eine schöne Aussicht auf so ein Dreifor-Symbol. Erinnert mich ein bisschen an Twilight Princess. Da gab es das glaube ich auch in der Wüste vom Hylia-See aus gesehen. Habe ich aber auch schon wieder zu lange nicht mehr gespielt. 2012 auf YouTube, glaube ich. Ähm... Ich überlege noch, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt hier irgendwie noch. Aber an sich... Da gibt es zwar noch Gegenden, aber an die komme ich noch nicht ran. Die sind noch für später reserviert. Damit dieses Gebiet nicht gleich erkundet werden kann, sondern Stück für Stück sukzessive mehr und mehr von sich preisgibt. Ich hätte den Typ noch umbringen sollen mit einer Bombe. Ich glaube, das wäre... Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor Gefahren. Jetzt bin ich natürlich aus einer sehr schlechten Position, weil da blöde Äste sind. Blöde Äste. Ja, aber man sieht, ich lerne auch mit einer nicht optimal funktionierenden Wii-Mode optimal umzugehen. So... Nach meinen Begriffen habe ich immer noch viel zu wenig Herzcontainer. Das sollten wir bald möglichst ändern. Ich weiß nicht, wie viele ich schon übersehen habe, wie viele Herzteile. Bestimmt schon einige. Es könnte eine lange Suche am Ende werden, wenn ich alle finden will. Ein Kleinod-Bernstein-Halbmond. War das nicht der Erste, den ich überhaupt im Spiel gefunden habe? Sieht so aus, wenn ich schon 10 davon habe. Ai, ai, ai. Sehr wichtige Seite. Offensichtlich. Da oben ist eine Lore. Da ist zwei Vögel schon. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Die macht mir Angst. Die sind riesig. Denen will ich nicht nachts begegnen. Aber auch nicht am Tag in der Wüste. Oh. Oh, jetzt habe ich ihn wütend gemacht. Was habe ich getan? Lass mich in Ruhe. Kann ich eigentlich gegen dich kämpfen? Mit Schwert? Dann ist das ja alles in Ordnung. Oh, da wirft der Bomben nach mir. Ja, das könnte auch sein. An irgendeinem Spiel erinnert mich das. Ja, der hat doch Bomben im Schnabel. Ist das ein Penikern? Der kann das nämlich auch. Die Idee hat er von den Vögeln geklaut, der Roboter, glaube ich. Wieso meistens werden die Ideen aus der Natur genommen. Und technisch umgesetzt. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nur den Käfer haben. Ich will gerade auch gucken. Ah, da ist Wüsten. Oh, krass. Und es ist zerbrochen. Jetzt ganz langsam. Ich höre es. Hatte ich es gehört? Das war ein Bombenteppich. Bestehend aus einer Bombe. Wieso habe ich den nicht bekommen? Ich bin so langsam herangeschlichen. Ich hätte nicht so rumwedeln dürfen mit meinem Wedel. Schnell. Äh. Äh. Wie heißt das Netz? Schmetterlingsnetz. Ich habe schon 10. Weg damit. Da gibt es ja gar nichts außer böse Geier. Das ist ja nicht sehr nett. Moment. Ach Moment. Da sind keine Bomben. Die werfen einfach nur Steine nach mir. Bomben sind denen vielleicht selbst zu gefährlich. Interessant. Ja, ich nehme an, es gibt hier gar keine andere Möglichkeit. Das muss so gemacht werden, weil ich genau wahrscheinlich die Höhlen jetzt als Plattform nutzen muss. Das ist, ja. Ich glaube, das vergisst man nicht. Und an sich ist es auch sehr einleuchtend. Da kommt man ganz schnell drauf. Nein! Ich habe gar nicht auf meine... Ich hätte vielleicht... Deswegen gibt es auch diese Plattform, wenn man kurz mal stehen bleiben soll. Ich bin aber auch hell. Aber wenn ich schon gerade dabei bin, hoffentlich bleibt die Plattform lang genug. Ah, soviel dazu. Aber da kommt er direkt neu. Ich mache erstmal den kaputt. Ich glaube nämlich, der kommt nicht wieder. Der Klotzfrosch. Den König Zorro so mag. Moment, da war die falsche Taste. So, ist das heiß. Ich dachte, wir haben Herbst. Zack. Und erstmal da rüber. Bin vielleicht zu früh losgerannt jetzt mit meinem Ausdauerknapp. So, und jetzt einfach warten. Das habe ich nicht bedacht. Ausdauer im Zelda-Spiel. Was ist das denn für ein Scheiß? Was? Hört sich das ausgedacht? Okay, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich hin will. Hier gibt es einige blaue Blöcke. Zumindest ist das jetzt schon der zweite. Was ist das da oben? Hier mache ich mich gleich drum. Das war irgendwie eine optische Täuschung, glaube ich. Eine Phantamorgerna. Oh nein, nein. Ihr habt gesehen, der will gerade explodieren. Ich muss so weiter. Jetzt graben wir erst mal. Lohnt sich, lohnt sich. Warum kann man so oft graben? Einmal graben, dann kommt alles, was drin gewesen wäre, gleichzeitig raus. So, damit man es auch lösen kann. Ja. Raus mit dem Schwert. In die Höhe gesteckt. Darauf geschlafen. Aktiviert. Habe ich jetzt eigentlich irgendein Ziel? Ich soll einfach nur die Wüste durchsuchen, wenn ich das noch im richtigen Kopf habe. Ähm. Komme ich jetzt auch hier wieder ordentlich weg? Ich hoffe doch stark. Auf stark Strom. So. Ich wollte da hinten noch gucken. Wie lange fliegt der? Fliegt der jetzt länger als ohne Kräfte? Eigentlich hat das ja keine Relevanz. Würde ich überhaupten. Da ist gar nichts. Das sah so aus. Das waren aber die verschwommenen Äste. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Oder lang ist es her? Aha. Hat gerade so gereicht. Ist der nah genug? Ist der nah genug? Jawoll. Na komm, 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 komm. Das wäre sonst so blöd konzipiert, dass er einfach weiter weg latschen kann. Wieso könnt ihr eigentlich auf dem Treibsand laufen? Weil der gibt doch auch keinen Sinn. Die werden ja auch nicht die leichtesten sein. Diese Schnecken. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal nochmal von Pfei analysieren lassen. Ich würde gerne wissen, wie die genau heißen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Aber passenderweise haben wir hier direkt eine Sprechermöglichkeit. Und dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Mein Name ist Sam. Tschüss.